Ja, hallo, ich bin's wieder. Ich bin nächstes Mal Sprengmodel auf dem Kapitännel. Ich hoffe, dass sie zerstören. Erstmal, dann zahle ich mir ein bisschen runter. So, ich hörte es selber nämlich fast gar nichts mehr. Das war ein bisschen irritierend, aber ich hoffe, jetzt kann es eigentlich gar nicht mehr so laut sein. Ja, ich habe vergessen, das ist ja 4. Das ist das Kumpelman, das ist nicht gut, aber ich habe es vergessen. Nicht getroffen? Ja, von hinten! Ja, Sau. Ah, da brauch ich's gar nicht erst versuchen. Die Snipern so gut. Ja, hab ihn erledigt. Ah, gleich darauf selber. Ah, ich hab ihn getript. Die Bombe wurde platziert. Ja. Bombe entschärft. Da rein. Ach, jetzt haben die da drüben gelegt, hab ich gar nicht gemerkt. Ja. Das ist ja tricky. Dafür ist C4 gut. Ach da, Lerker. Ich dachte, der wäre tot. Ich glaube, ich bin schon kill. Nein. Ach Gott, man hat schon wirklich schlecht. Das müsste gehen. Ach, bitte. Der Feind blockiert unser Radar. Au. Die können echt gut zählen? Das geht nicht, ne? Der Bündnis ist eine Drohne im Anflug. Ich glaube, das war natürlich nicht. Ne? Ach. Ach. Schade, ist kein Zielaufsatz drauf. Die Waffe ist ja wohl scheinbar ziemlich gut. Ich hab's bei anderen gesehen. Schwerbünder, der Cobra kommt. Ich hab's ja noch nicht drin, weil ich so gut im Ziel bin. Uah. Mist, der Gnargenus. Uah. Ah, das... das... Ich mag es mir gar nicht. Der Gegner ist nicht drin. Oh. Ja. Nichts. Da drüber. Oh, ganz gut getroffen. Es ist. Und da... Was? 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 Ja. Was? Jaaa, was soll ich machen. Ja. Was? Was? Jaaa, was soll ich machen. Oh, scheint es mir zufrieden. Kommt noch rein! Ah, hier ist echt ein geiler Camperort. Normalerweise tue ich das ja gar nicht so sehr, aber ich lasse ihn jetzt. Hätte ich doch passiert. Ja! Ah! Uh, schon tot. Ich glaube, geht der ab. Boah, fuck, hab ich nicht dran gedacht, durchs Fenster, oder? Aber ich würde sagen, es... Ah, erste Runde geworden. Schön. 8-11, war ich so schlecht? War mir gar nicht bewusst. Ah, ich habe jetzt noch Vorräte, vielleicht kommt er als Gutes. Wenn ich den Schüler verliere. Ich hasse, dass wenn einer kommt und nicht tötet, gerade wenn du deine Vorräte hast. Das sind die Verteidiger. Na... Vorräte sind unterwegs. Vorräte... Nein! Fällt doch nicht da drauf. Doch, ich dachte schon. Oh, cool, der letzte. Oh, ich finde ich gut drin das. Na ja... Komm schon hinten durch. Ich versuch's nicht. Ah! Eingemalige Stoßes! Ah! Eingemalige Stoßes! Ah, kein Moab! Moab auch hier! Ah, das war wohl nicht so! Alter! Der kriegt ne Moab! Das ist krank! Nicht jeder schafft ne 25er Serie. Schade, ich dachte, die spawnen vielleicht länger. Wo sind die denn jetzt alle hin? Nein, oder? Wie kann mir denn sowas passieren? Wo ist die denn? Die Bombe wurde platziert! Ich hab nicht mal getroffen. Ich hab nicht mal getroffen. Ich hab nicht mal getroffen. Ah, ich benutze es nicht so häufig hier gerade. Leere Akimbo und ich bin jetzt doch ein bisschen guter. Ich hab nicht mal getroffen. Ich hab nicht mal getroffen. Ach, IMS, dann kann ich nie was anfangen. Ist ja ganz nützlich. Aber ich positionier das glaub ich mal falsch. Oder wenn man... Kriegt das nicht so viel. Die Bombe wurde platziert! Verbündete Cobra kommt! Der ist auch ein Türchen, der ist cool. Die Bombe wurde platziert! Abwanzig fällt das nicht immer los. Der ist auch nicht so gut. Keine Bande ist schießend die Bombe. Aber ich kann nicht so gut sind. Ich hab jetzt den Bombe zu sehen. Da muss ich ja ==== 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 Und ==== Noch ein paar Kill, ist damit zufrieden. Nein! Was ist das, wenn das passiert? Ah, scheiß Lack! Krüder scheint keiner zu sein, vielleicht mich jetzt rausführen. Wollt ihr mal hier kommen? Na klar, vielleicht nicht mehr. Hei! Wir sind hier rausgegangen. Ja. Höhen? Na, dann weiter. Ja, manchmal geht's recht schnell. Und manchmal muss man da echt lang reichen. Das ist schön. Aber Ziele... Ich bin einfach nicht entgegen. Dagegen kann man nix machen. Ich brauch schon mehr Treffer, aber ich schieße auch noch genauer. Ich bin einfach nicht entgegen. Wollte ich halt mal ein. Stürmer werden da. Ah, ich wäre auch zufrieden. Der einzigste. Wollte ich hier. Wollte ich hier. Böhm. Ich bin hier. Ja, wir sind hier. Böhm. 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 Ich bin hier. Böhm. Böhm. Das würde einfach schämen dich. Ach, ich hab ihn noch getötet. So, das ist mal die Kaläschung. Ich bin nicht. Boah, der will auch der Weg. Also vom Felschmuss her. Nein, so lecker nicht. Boah! Das gibt's auch nicht. Ich will nicht mit einer negativen KD beenden. Schon wieder! Wir können doch nur wicken. Der KD wird ja auch nicht enden. Komm schon! Nooo! 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 Und zu Ende. Ähm, ich hoffe es hat euch gefallen. Ich wünsche es, es war laut genug. Und dann... ...sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss! So, ich lasse tschüss. Tschüss! 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 Vielen Dank.